Katharina Katharina, die erobert jeden Mann sich, denn sie hat so etwas an sich, das man nicht vergessen kann. Katharina, ob sie fügsam, ob sie herrisch, alle Männer macht sie närrisch, jung und alt hält sie in Bann. Von der Neva bis zur Volga, von der Krim bis zum Moral, eine Frau wie Katharina gibt es nicht ein zweites Mal. Katharina, raffiniert geht sie zu Werke, schwach zu sein ist ihre Stärke und das weiß sie ganz genau. Lass sie suchen und versuchen Katharina, denn das ist das Schicksal, jeder große Frau. Oh, 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 oh. Ja, ich bin Musik Musik